das ei des uhrvogels im studierzimmer des alten professor diluvius leuchtete noch immer die elektrische arbeitslampe draußen vor den eng geschlossenen jalousien der fenster erhellte schon der schein des aufdämmernden frühmorgens die gegend aber der herr professor arbeitete noch immer es musste ein seltenes und sehr interessantes objekt sein das den gelehrten sich selbst und die rücksicht auf seine leiblichen bedürfnisse so ganz vergessen ließ professor diluvius war vorsteher der paläontologischen abteilung des museums für naturkunde seine forschungen über die fossile tierwelt namentlich auf dem gebiete der dinosaurier waren nach verschiedenen richtungen hin epochemachend gewesen seine eigentlichen arbeitsräume befanden sich im ersten stockwerke des museums und es mußten besondere gründe ihn veranlassen die präparation eines paläontologischen fundes in seiner privatwohnung vorzunehmen denn ein solches fossiles objekt lag vor ihm und seine trotz des alters noch immer geschickten und sicheren hände arbeiteten emsig an seiner enthüllung es war eine platte lithographischen schiefers aus der gegend von eichstädt unregelmäßig geformt die der gelehrte mit seinen messelartigen werkzeugen bearbeitete vorsichtig und mit größter schonung entfernte er vom rande der platte herarbeitend die schichten des kalkschiefers bis an eine auf der oberseite mit bleistift umrandete ungefähr kreisförmige stelle was für ein seltsames vorsintflutliches geschöpf lag hier versteinert in den ablagerungen des kalkschiefers verborgen ein ganzer berg von der platte abgelöster bruchstücke häuften sich schon vor ihm auf und noch immer gönnte er den müden fingern und den brennenden augen keine ruhe immer wieder griff er die platte an hin und wieder die instrumente wechselnd verwundert schaute grauich eine prachtvolle graue katze die sich auf der chaiselon bequem gemacht hatte den unverständlichen nächtlichen treiben ihres herrn zu sie war ein vermächtnis seiner verstorbenen frau die einst das hilflose junge kätzchen fast verhungert in einer ecke des hausfloß gefunden erst schnurrend dann leise miauend suchte sie die aufmerksamkeit des professors auf sich zu lenken schloß aber endlich verdrießlich blinzelnd die augen wieder als ihre mühe vergeblich blieb eine uhr schlug irgendwo in der nähe aufhorchend zählte professor diluvius die schläge vier uhr sagte er zwölf stunden arbeite ich nun daran und das gröbste habe ich wohl herunter jetzt heißt es doppelt und dreifach vorsicht gebrauchen und wieder begann er zu sticheln und zu meißeln und immer kleiner wurden die kalkschüppchen die er nun von der platte abhob er arbeitete jetzt mit der kleinsten nummer seiner stählernen werkzeuge in fast zwei stunden mochte er so in voller emsigkeit weitergearbeitet haben ein etwas größeres stück des kalkschiefers hob sich jetzt beim angriff des meißels ab da ist es rief professor diluvius aus der platte ragte die spitze eines eiförmigen körpers hervor sei mir gegrüßt du gnadengeschenk versunkener millionen frohlockte der alte herr in die hände klatschend und vor freude von einem bein aufs andre hüpfend sei mir gegrüßt du spende eines rarer avis das ei des kolumbus und selbst das ei der leder ist gegen deinen wert ein schatten er hielt die platte dicht an seine studierlampe den grünen lampenschirm hochschiebend wie unscheinbar es aussieht wie alles was seinen wert im innern trägt grau grün mit schwarzen tüpfeln niemand würde vermuten daß es gelegt wurde zu einer zeit daß noch keine menschen auf unserem planeten gab von einem geschöpf gelegt wurde daß eine eidechse war und ein vogel werden wollte schnell griff er wieder nach seinen werkzeugen um es völlig aus der hülle des kalkschiefers freizulegen und so sehr ihn der erste anblick des ersehnten fundes begeistert hatte mit eiserner ruhe und kaltblütigkeit arbeiteten seine hände weiter vom vorsichtig abwägenden blick seiner scharfen grauen augen gelenkt bis es rund und heil und ganz vor ihm lag das ei des ohrvogels archäopteryx und nun erst nahm er sich zeit das begleitschreiben noch einmal zu studieren das ihn sein junger freund und ehemaliger schüler dr finder mit dem kostbaren paläontologischen objekt gesandt hatte es lautete eichstätt den fünften juli 1900 mein lieber hochverehrter herr professor anbei übersende ich ihnen ein objekt das vorläufig einzig in den sammlungen unserer museen dastehen dürfte ein fossiles ei dem fundorte nach es stammt aus dem schieferbrüchen hier am blumenberg wahrscheinlich ein ei von archäopteryx lithographica die untersuchung der platte durch die neue art der y strahlen zeigt nur daß ein vollkommen gut erhaltenes ei in der schieferplatte steckt ich habe die lage des objekts auf der ober und unterseite der platte durch eine bleistiftlinie umrandet so daß wenigstens ungefähr ein anhalt für die freilegung des fundes gegeben ist denn diese schwerste arbeit muß ich ihnen leider allein überlassen lieber hochverehrter herr professor sie kennen ja meine aufgabe hier in den kalkschieferbrüchen die mir zu so diffizilen extra arbeiten keine zeit lässt aber ihre so geschickte hand hat schon schwierigeres geleistet ich meinerseits hoffe auch in dem noch in der steinhülle steckenden geschenk wird ihnen die liebe und verehrung nicht verborgen bleiben mit der ich alle zeit sein werde ihr dankbarer schüler dr finder wenn man das ei doch noch ausbrüten lassen könnte aber dazu ist es doch wohl nicht mehr frisch genug d o immer wieder kehrten die sinnenden augen des alten gelehrtens zu diesem postscriptum zurück ein ungeheurer gedanke drängte sich ihm auf war es denn so ausgesprochen unmöglich daß die scherzhafte wendung des ausbrütenlassens zur wahrheit werden könnte ein geräusch an der tür des zimmers störte ihn in seinem denken seine alte wirtschaftlerin pauline trat ein vor schreck ließ sie eimer und schrubber fallen und schlug die hände über dem kopf zusammen aber herr professor herr professor wenn das die selige frau erlebt hätte sie sitzen doch über dem alten stein klumpen und sind wohl gar nicht schlafen gegangen ach lieber herr professor wenn man schon über die siebzig hinaus ist ja sie haben ja recht liebe pauline aber es gibt eben ausnahmen und eine solche ist schuld daß ich einmal eine nacht hindurch gearbeitet habe nun seien sie hübsch vernünftig und schelten sie nicht mehr sondern bringen sie mir eine recht große tasse schönen kaffee aber so wie nur sie ihn zu brauen verstehen pauline kopfschüttelnd zog die alte treue schaffnerin mit dem attributen des reinemachens wieder ab professor diluvius wandte sich aufs neue dem seltsamen funde zu er nahm das archäopteryx-ei vorsichtig in die hand und hielt es gegen das licht der studierlampe es erschien gleichmäßig undurchsichtig als ob die schale dicker sei als die unserer jetzigen vogeleier das bauernmittel fiel ihm ein ich hielt das kostbare ei erst mit dem einen damit dem anderen ende an die lippe beinahe hätte er es vor freudigem schreck aus der hand fallen lassen das eine ende erschien ihm wärmer als das andere das blut hämmerte ihm in den schläfen vor plötzlicher aufregung ungleich warme hälften aber vielleicht war es eine sinnestäuschung er legte das geschenk der vorzeit mit zitternden fingern auf die platte seines arbeitstisches und stand auf der morgen lugte durch die spalten der jalousien der professor zog sie auf und schaltete die lampe seines zimmers aus dann ging er ein paar mal auf und ab und öffnete im vorbeigehen ein fenster und lehnte sich ein weilchen hinaus mit vollen zügen die duftige frühluft atmend er wollte sich erst völlig wieder in der gewalt haben erst ganz wieder her seiner nerven sein ehe er die entscheidende untersuchung des objekts von neuem vornahm nun erschien auch pauline wieder mit dem duftenden frühtrunk ihr gutes etwas alltägliches gesicht und ein schluck des braunen trankes wirkten besänftigend auf ihn ein schnell entschlossen reichte er seiner köchin das kostbare uhrvogel ei hier liebe pauline prüfen sie einmal als wenn es ein hühnerei wäre ob dies ein frisches ei ist aber vorsichtig vorsichtig pauline machte die probe ähnlich wie ein weilchen vorher der herr professor diluvius nur hatte die einfache köchin das urteil der größeren erfahrung vor ihm voraus es ist noch gut herr professor soll ich's ihnen kochen es ist wohl so n ausländischer leckerbissen mit beiden händen griff der alte herr nach dem wunderbaren schatze nein nein um gottes willen pauline dies ei stammt von einem vogelartigen geschöpf welches vor langen langen zeiten auf unserer erde gelebt hat das ei ist aber noch frisch dafür garantiere ich ihnen herr professor und frühstücken sie nur erst und machen sie ein bisschen morgentoilette wenn sie doch nicht mehr schlafen gehen wollen damit ging sie hinaus der professor nahm nun selbst nochmals das ei zur prüfung in die hand kein zweifel das eine ende war entschieden wärmer als das andere pauline hatte recht es war noch gut seinem gewicht nach war es kaum schwerer als ein mittelgroßes hühnerei eine fossilisation des inhalts erschien also merkwürdigerweise ausgeschlossen vielleicht hatte der feine kalkschlamm des jurameeres die poren der eierschale so hermetisch verschlossen daß die fäulniskeime der luft keinen zutritt fanden und der inhalt konserviert blieb aber dann dann konnte man es ja im brutofen ausbrüten lassen dann war ja das eiweiß noch lebens- und entwicklungsfähig trotz des undenkbar langen zeitraums den das ei im verhärteten kalkschlamm von eichstätt eingebettet gelegen die gedanken des professors diluvius begannen aufs neue zu kreisen dann hatte er am ende das unbeschreibliche glück einen lebendigen uhrvogel eine leibhaftig fliegende archäopteryx aus dem wunderei hervorkriechen zu sehen es war ein glück dass die alte pauline längst wieder das zimmer verlassen hatte und den indianischen freudentanz nicht sehen konnte den er alter professor zwischen den möbeln seines arbeitszimmers ausführte grauchens verwunderung die abermals in ihrem schlummer gestört worden war war vielleicht noch größer aber sie blieb stumm ein paar stunden später hatte sich professor diluvius durch einen diener des paläontologischen instituts ein brutapparat besorgen lassen ihn in betrieb gesetzt und das kostbare archäopteryx ei sorgfältig darin eingebettet wahrscheinlich brüteten die urvögel der jura-zeit noch nicht selbst ihre eier aus sondern überließen dies geschäft wegen ihrer noch schwachen befiederung der allmuttersonne so daß ein allzu strenges einhalten einer genauen brutwärme auch in der natur wohl nicht möglich gewesen war die einzige bedingung blieb eine gewisse obere temperaturgrenze etwa 60 grad nicht zu überschreiten weil sonst das eiweiß gerinnen musste der brutapparat der durch eine lampe erhetzt wurde regulierte seine temperatur selbst nachdem er einmal auf eine maximale wärme eingestellt worden war beim erreichen dieser zulässigen höchstgrenze ertönte entweder ein alarmsignal für den beobachter oder der apparat steuerte automatisch die wärmezufuhr zurück auf ein geringeres maß die letztere einrichtung ist die gebräuchlichere da aber professor diluvius sich selbst mehr vertrauen schenkte als dem besten automaten so hatte er den apparat auf alarm gestellt um eventuell selbst die überschreitung des maximums zu regulieren mit angst und sorge dachte er aber schon an die nachtstunden wo er seinen unbezahlbaren schatz schließlich doch der selbstregulierung des brutofens überlassen mußte einen augenblick hatte er allerdings den gedanken gehegt sich mit seiner wirtschafterin pauline in die zeit von je 24 stunden zu teilen solange das ausbrüten dauern würde aber er wagte nicht diesen vorschlag der alten treuen seele zu machen obwohl er für seinen teil gern alle nächte und auch noch den halben tag gewacht hätte aber ungefähr mußte er sie doch in die handhabung des brutofens einweihen er rief sie herein und erklärte ihr kurz die wirkung des apparates ungläubig lächelnd sah die brave pauline auf den seltsamen kasten und dies lächeln wurde sogar ein wenig spöttisch als sie ihren alten herrn professor betrachtete der ihr voller eifer seinen geheimnisvollen plan auseinandersetzte und das küken soll ganz ohne klucke aus dem ei kommen der herr professor nickte wer pickt ihm denn die schale auf wenn es fertig ist auch darüber beruhigte er sie und war froh daß sie wenigstens die handgriffe verstanden hatte durch die eine überschreitung der zulässigen brutwärme vorgebeugt wurde und wie lang wird die blecherne henne zu dem küken brauchen herr professor fragte sie beim hinausgehen wir müssen es abwarten pauline aber hoffentlich nicht viel länger als eine mit fleisch und federn professor diluvius lebte nur noch für seinen ohrvogel in dem gedanken an das zu erwartende freudige ereignis vergaß er essen trinken und schlafen die alte pauline war in heller verzweiflung vergebens kochte sie ihm ihre schmackhaftesten gerichte vergebens ermahnte sie ihn im andenken an die selige frau professor seinem alten körper die nötige pflege und ruhe zu gönnen drei tage und nächte hatte er so schon hintereinander vor der blechernen henne gesessen neben ihm auf dem tische lag aufgeschlagen die schöne abbildung der archäopteryx lithographica aus den paläontologischen abhandlungen von dames und kaiser band zwei heft drei vom jahre was für ein kostbares objekt ist schon dieser prachtvoll erhaltene abdruck aus dem sollenhofener schiefer murmelte er das deutsche reich hat damals sechsundzwanzigtausend mark für die erwerbung der platte mit der archäopteryx gezahlt und ich ich werde der glückliche sein der einzige auf erden der ein lebendiges exemplar sein eigen nennt wie wird man mich beneiden wie werden sie kommen aus allen herren ländern meine lieben ungläubigen kollegen um den wundervogel zu schauen und was werden sie mir bieten um ihn käuflich zu erwerben aber nicht um die welt soll er mir feil sein nicht um alles gold dieser erde mit dieser stolzen wendung schloss der alte gelehrte regelmäßig sein die thyrambus auf den ohrvogel den die belebende wärme in stillschaffender arbeit aus dem ei hervorlocken sollte ein leises schnurren klang durch das zimmer und der herr professor fühlte gleichzeitig wie sich grauchen an seinen knien rieb liebkosend strich er ihr über den rücken er wollte versäumtes ein wenig wieder nachholen dann aber sagte er du wirst dich vorläufig gewöhnen müssen in der küche zu hausen ließ grauchen zwar bist du ein sehr artiges mies mies aber ein raubtier steckt doch in deinem weichen schönen fell und noch dazu eins das eine besondere vorliebe für junge vögelchen hat grauchen wollte auf seine knie springen um wieder einmal den alten platz einzunehmen der ihr jahrelang eingeräumt worden war aber der alte herr wehrte ihr stand auf und öffnete die tür um sie hinauszuweisen eben wollte auch pauline ins zimmer treten liebe pauline die katze müssen wir vorläufig aus meinem zimmer fernhalten sie ist ja auch in ihrer küche gut aufgehoben jawohl herr professor wie sie wünschen herr professor ich wollte nur fragen ob sie für die nächsten stunden allein bleiben wollten ich wollte gerne mal meiner verwandten einen augenblick besuchen gehen sie gehen sie pauline zum abend sind sie doch wieder hier gewiß doch dann adieu herr professor damit ging sie grauchen auf den arm hebend aus dem zimmer pauline die gute sorgende seele war am ende mit ihrer weisheit heute hatte sie das unglaublichste erlebt der professor hat sein leibgericht frikassee von huhn nicht angerührt das konnte nicht gut enden und alles wegen des unglückseligen vogeleies nicht ihre verwandten suchte sie auf sondern den alten hausarzt ihres herrn den sanitätsrat hartmann ihm schüttete sie ihr altes treues herz mit all seinen sorgen aus wie vor ein paar tagen der herr professor eine große steinplatte erhalten habe und wie er tag und nacht daran herum gemeißelt um ein ei herauszukriegen das darin gesteckt hatte und wie er nun seit drei tagen und nächten sich keine ruhe gönne kaum ein bissen esse nicht einmal sein leibgericht und wie er die schöne graukatze die der herr sanitätsrat ja als ein vermächtnis der seligen auch kenne aus dem zimmer gejagt habe und das alles um das verwünschte vogelei das er in einen geheizten blechkasten gelegt habe zum ausbrüten zu bringen sie schloss ihren bericht mit heißen tränen und mit der inständigen bitte der herr sanitätsrat möchte doch einmal ihrem herrn ins gewissen reden ehe es zu spät wäre schön fräulein pauline soll geschehen gehen sie immer voraus ich werde gleich hinterher kommen meine sprechstunde ist ja ohnehin vorüber und er soll denken es handle sich um einen gelegentlichen besuch den ich nicht als hausarzt sondern als sein alter freund bei ihm mache als eine stunde später sanitätsrat hartmann die tür zum zimmer seines alten freundes öffnen wollte vernahm er schon vorher ein in kurzen absetzen sich wiederholendes klingelsignal er trat ein von pauline gefolgt die das zeichen auch gehört hatte und da lag der alte herr fest schlummernd und sein weiß gelocktes haupt ruhte auf dem bilde der archäopteryx das oben erwähnt wurde so fest schlief er dass er das schrille klingeln vom brutapparat nicht vernommen hatte der sanitätsrat übersah mit einem blick die situation da bin ich wohl doch zur rechten zeit gekommen murmelte er er sah dem schlafenden scharf ins gesicht prüfte sein puls und sagte dann seien sie ohne sorge frau pauline ich kenne seine natur er wird im schlaf alles versäumte wieder einholen wir wollen ihm hier auf der chaiselon ein lager zurecht machen und morgen um diese zeit ist er wieder ganz auf dem posten und wohl auch vernünftiger dann trat der alte sanitätsrat an den brutofen heran es gab auch hier manches zu tun ungefähr 24 stunden später erwachte professor diluvius verwundert schaute er sich um fand sich auf der chaiselon liegend sorglich mit kissen und decken umgeben einen augenblick lang irrten seine gedanken ratlos umher da fiel sein blick auf den brutofen auf dem arbeitstische mit der gewandtheit eines jünglings sprang er auf und eilte an den apparat da lag das ei unversehrt und das thermometer zeigte die vorschriftsmäßige brutwärme der herr professor klingelte pauline mußte ganz in der nähe gewesen sein so schnell erschien sie guten tag liebe pauline ich habe wohl lange geschlafen es geht lieber herr professor sie hatten sich wohl ein bisschen auf die chaiselon gelegt ich habe ihnen dann noch ein paar kissen gebracht als ich von meinen verwandten kam da schliefen sie so schön dass ich sie nicht stören wollte und da der brutofen auch in ordnung war ja richtig pauline ich sehe eben dass ich den apparat auf selbstregelung umgestellt habe statt auf alarm wahrscheinlich habe ich gefühlt dass ich müde wurde und habe noch zur rechten zeit die umschaltung besorgt gott sei dank dass alles richtig funktioniert hat der apparat ist doch zuverlässiger als ein mensch und nun paulinchen besorgen sie mir etwas zu essen haben sie vielleicht noch frikassé jawohl jawohl lieber herr professor gleich sollen sie es haben sofort und strahlend vor freude eilte sie in die küche seit ihr alter herr professor wieder frikassé aß sorgte sich die gute pauline nicht mehr um ihn und auch er selbst hatte den paroxismus der ersten tage überwunden seit er sich überzeugt hatte dass man sich auf die automatische regulierung des brutapparates sicher verlassen konnte erschien er so äußerlich als derselbe kühle und bedächtige gelehrte wie sonst so war doch sein inneres von der aufgehenden sonne seiner großen hoffnung erhält und verklärt so gingen die tage in ruhigem gleichmaß und aus den tagen wurden wochen am nachmittag des vierundzwanzigsten tages saß der professor diluvius in seinem arbeitszimmer es war ein schwüler tag und die julisonne mit ihrer glut machte schläfrig ein leichter halbschlaf ein träumen mit offenen eugen hatte seine sinne gefangen genommen ihm war als schöben sich die tapetengeschmückten wände seines zimmers auseinander eine endlose ferne öffnete sich und ein weg lag vor ihm in ein weites grünes tal seltsame pflanzen überragten in treibhausartiger fülle und in wunderlich grotesken formen den pfad zu seinen füßen webte und lebte es und in dem urwald dickig trägte und bewegte es sich von fantastischen nie gesehenen lebewesen plötzlich fiel ein gleitender schatten auf seinen weg ein fliegendes geschöpf schwang sich von einem der seltsamen baumstämme hinüber zum anderen metallisch grün glänzte sein gefieder besonders der lange wie ein palmwedel geformte schwanz nun flog das seltsame wesen dicht über dem haupte des wandernden hinweg und hängte sich an einen der kandelaberartig verzweigten stämme da hing es mit zusammengeschlagenen flügeln an den langen scharfen krallen die aus dem schwungfedern dicht am flügelgelenk hervorragten und als es jetzt den schnabel öffnete um eine erheischte beute zu verspeisen zeigten sich deutlich darin die spitzen weißen zähne archäopterix kam es unbewußt von den lippen des gelehrten und noch in die letzten sekunden seines halbschlafes hineintönte ein scharfes klirren wie von plötzlich zerbrechendem glase professor diluvius fuhr empor eben huschte ein schatten an seinem noch halb geschlossenen auge vorbei war sein traum beglückende wirklichkeit geworden er stürzte nach dem brutapparat da lag die zerbrochene eierschale die das ausgeschlüpfte geschöpfchen abgestreift wo aber war es und wie hatte es die glasscheiben des apparats zerbrechen können in fieberhafter eile durchsuchte er alle ecken und alle schlupfwinkel seines studierzimmers umsonst er kroch in den kamin auch da nichts er stellte einen stuhl auf den tisch und untersuchte die aufsätze seiner spinnen und die falten der stoffgardinen alles vergebens da unter der chaiselon ein geräusch schnell fasste er zu und seine zitternden hände fassen fassen grauchen die hauskatze die sich unbemerkt eingeschlichen hat sie leckte sich noch die blutige schnauze einen augenblick steht professor diluvius starr wie eine bildsäule die weißen locken ringeln sich wie medusenhaare um seine marmorblassen züge dann aber kehrt ihm leben und besinnung zurück seine grauen augen sprühen blitze in namenloser wut packt er jetzt die übeltäterin im genick wie ein rasender stürmt er umher pauline ruft er heiser vor aufregung pauline pauline stürzt entsetzt ins zimmer die bestie hat sich hier eingeschlichen hat die glasscheibe des brutofens eingedrückt und meine eben ausgebrütete archäopteryx gefressen in einzelnen absätzen hat er die worte hervorgestoßen und halb wahnsinnig vor enttäuschung und erbitterung setzte er hinzu ich werde das heimtückische vieh töten und sezieren um wenigstens die zermalmten überreste meines kostbaren uhrvogels zu retten und er schüttelt grauchen die sich vergebens aus den eisernen klammern seiner hände zu befreien sucht o du bestie du vermaledeite hinterlistige bestie das sollst du mir büßen das sollst du mir büßen pauline stand mit gefalteten händen vor dem wütenden herr professor lieber guter herr professor auch sie haben schuld pauline warum haben sie nicht besser acht gegeben auf das schändliche vieh meine archäopteryx meine sehnsucht mein traum und meine hoffnung die frucht all meiner wochen lang mühen und sorgen das geschenk ungezählter jahrtausende mir beschert durch die gunst des geschicks gefressen von einer mordlustigen katze er trat an den apparat da liegen die scherben meines glückes tausende hätten mich beneidet um diesen schatz und nun herr professor zu denken daß es glücklich ausgebrütet wurde daß es lebte und ich habe es nicht einmal lebend gesehen nicht lebend gesehen o meine archäopteryx herr professor lieber guter herr professor begann pauline wieder und aus den augen der treuen dienerin rollten die tränen hören sie mich an es war gar nicht das ei von dem unaussprechlichen vieh das sie ausgebrütete haben professor diluvius ließ die katze los und starrte seine köchin mit weit aufgerissenen augen an herr professor fuhr pauline fort schon vor drei wochen als sie einmal so sehr fest eingeschlafen waren ist das entzwei gegangen der herr sanitätsrat war gerade hier um sie zu besuchen er sagte die hitze in dem blechkasten wäre zu groß geworden weil er aber fürchtete daß der ärger über den verlust ihnen schaden könnte hat er ein anderes ei mit tinte betüpfelt und in den brutkasten gelegt der vogel der heute ausgekommen ist war eine ente das ei des